I'm out of hand in a I'm out of hand Yes i do the cooking, yes i do the cleaning Best i keep the number of men Geht's au schnell Was? Welches damit du bist du bereit fällt? Fünfzehn Oh Ich bin level Jetzt mach du schon mal bereit Kuja! Ja ich drücke auf realDematch und denke dann ich bin schon bereit Ja Hat mega behindert dass man da nicht automatisch bereit ist er hat ständig die Welt du bist vor Fabian er eigentlich ist noch nicht los und auch ist wohl lieber Busfabien und als ich glaube ich gehe ich gehe los der Schwerber über die Probe auf der Ecke ich bin noch nicht gespawnt hallo doch Prozent weil sie dann durchscht steffert ich versuche den Ball zu holen und du springst hoch vor den Ball ich will er nicht unter mir die für den Ball ist für den Fall ist es war nein ich will den Ball und du sprichst halt immer kann auch bald und ja gut los oder so ein scheiß und die spielen zusammen Böe Freitfeld hat sich auf Krier ich sprich einfach so auf dich und laut Krier ist der Ball auch immer in der Luft und Achtung gezeichnet die hat mich weggebrochen neben ich boxe doch nicht alle sagen alle sagen ich auch auf reichlich abgibt der gibt es an stefan ich wollte Gegner draußen du hast ehemalig alle vor allem der Ball her von dem von dem ist keiner im Tor ich spiele ohne Torwart ich bin Torwart für den Fall ich bin Torwart jetzt nein wer war das das war doch locker ein teammate ey wenn ich das war dann war das mega geiles Tor ich hab fast ich hab den noch fast abgewehrt ich hab fast Flick und Sieg gemacht und abgeblockt ich bleib hinten ich auch Stefan bleibt dein Ernst KUJA vergessen wie Flick und Sieg geht Stefan hat vergessen wie Laufen geht oh fuck Stefan was ist das für eine Aktion Stefan Bleib doch in deinem Tor ich hab Flick und Sieg gemacht und mir vorbeigefacht Stefan du kannst ja noch überhaupt nicht abschätzen wie der Ball funktioniert ja ich hab erst 5 Stunden der Mann kann keine Vektorengleichung berechnen ja aber du bist Level 12 alter mit Level 12 da muss man das wissen mit Level 12 war ich schon Level 30 oh Fabi oh lei oh klar Fabi hat ihn halt ich wollte ihn halt reinhauen und Fabi dachte ich ne ich hau den nochmal raus Stefan du Spassi der ist zentriert gleich nein ich mach das oh lol KUJA nice uncalculated nein boah war der geil oh calculated sag ich gut reinfällt ja rückwärts 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 ja easy Vorlage Fabi sehr schön rückwärts boah toll krass lol war das groß alter passt ja auch grad wirklich er fährt halt einfach rückwärts gegen die Mann und das ist halt ausgesehen Tor nein ok ich muss vor nein bret wir doch einfach rein neun boah ich hab lag man lol der Ball fliegt zu hindert durch die Gegend ey ich werd geboxt alter boah ich picke eigentlich ein ey du wirst dich geboxt BOOM Leute warum ich mich da nicht verregt hallo ich bin grad explodiert also wurde ich wohl geboxt Alter ach so also wenn ich jemand ins Gesicht klinge explodierst du ich bin halt nicht glücklich explodiert der eine fahrer die ganze Zeit rückwärts deine Gegner nein ich mach's auch früher kriegt meinen Boost oh mitte 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 komm mein oh ich hätte Assist bekommen oh Leute wie fahr ich denn alle blocken ah ne tun sie ja gar nicht jetzt wird geboxt oh ne nein ich wurde gedreht ja die Gegner auch nein nein den hab ich geboxt ich boxe einfach den Gegner den Horst also da ist er breitfeld plus Stefan schlägt den Horst was ein Rassel komm hier zentriert nein Frau Boost ich hol mir Boost Boostly bitteschön ja sehr gut Stefan das war ja das war ja echt prima das war alles kalkuliert mhm kalkuliert kalkuliert hallo hallo der wird zentriert euch Fabi Günther Fabi Günther ja Günther jetzt Fabian Günther ja nein 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 ey du bist freundlich spassi du hast mich einfach zweimal also das eine Mal ich hab gar nichts gemacht das eine Mal standest du im Weg und gerade hast du mich wieder gerannt nein du bist gegen mich gebracht ja du stehst immer im Weg ich blem hinten ist schon echt witzig mit euch ich muss einfach mal so sagen das Spiel ist allgemein witzig ja und meinst du verlierst ja ist auch witzig der ist auch witzig der ist halt übelst der Flame oh das hat er nice gemacht Freifeld schreit halt rum und sagt labert er noch scheiße ich box die ganze Zeit Gegner er wird die ganze Zeit geboxt so das weiß Kuya dass er die ganze Zeit geboxt wird was aber keine Scheiße hä Kuya sagt auch die ganze Zeit dass er geboxt wird ne ich werd aber nicht geboxt ich hab nicht geboxt ich hab nicht geboxt ich hab nicht geboxt ich weiß nicht irgendwie sagen hier grad alle dass sie geboxt werden ja das ist ja auch Chaos ja süß aber keiner sagt die Wahrheit ja aber das Problem ist man wird gerannt ihr Spaß habt ihr's immer noch nicht gecheckt ne ne ich steig aus und box die Leute neiiiin ja ich hab so ne Mod für das Spiel ach der war dann schon gemoddet ahja den mach ich den mach ich voll neiiiin ich hab doch weg dass ich den da rein holen darf ey Kuya Lava spiel der Scheiße ich hab fast flieg und sieh gemacht oh ich hab versucht Glückwunsch zu machen flieg und sieh ich kann da ich hab geblockt ach man ich bin ey Fahrgünter was macht was war das mach nimmst du in uns warte los NEIN boah wir sind wir werden grad ein bisschen auseinander gefickt nein wir machen das grad voll mit Absicht noch nicht gecheckt breitfeld breitfeld spielt seriös das kann ich denn dafür wenn ich angeschossen werd lass da nochmal ranken spielen genau lass mal breitfeld auch es geht nicht mit ner Party ne man kann nur allein ranken spielen und doppelt nein nein es geht nicht Fabi man kann bis zu 3 gegen 3 ranken spielen du Schmackung ja aber Leute da steht eh man kann auch zu dritt ranken spielen breitfeld ich hab schon mit Kuya zusammen ranken gespielt man kann zu dritt ranken spielen breitfeld ja ok gut ja ok gut ja ok gut ok gut das ist halt wie mit in äh im Videoraumletzten ach ich wollte sagen was hab ich sogar gemacht was Kuya los alles kalkuliert ja deswegen bin ich stehen geblieben ich wusste dass das passiert boah Flick und Sieg oh das wär geil wenn das in der Endcard in der Endcard in der Endcard ja in der Endcard schnell mal verpiss dich jetzt ich bock's dich nein das wär noch ein Tor geworden fast ich hab mit Breitfeld geballtet oh Royal Crowns will ich die hab ich schon noch auf wir brauchen alle die Krone und dann machen wir den Squad Fabi aufbereit ich hab schon breit gedrückt nein lass mal einen Stern und den Piks Auto nehmen und dann den Faggot Squad machen Fabi hast du nicht doch ich hab bereit hat der nicht na klar bei mir ist ein grüner Haken ja genau Fabi macht grüner Haken ich glaub das machen rum lass mal rausgehen nein alter bist du oh mann alter ist das dumm ja lass zu dritt spielen ja ja gut lass 3 gegen 3 machen hä ist dann alter bist der Junge behindert ja sollen wir jetzt alle rausgehen oder was ja und dann spielen wir 3 gegen 3 hey warum denn Fabi will doch noch mitspielen dann oder ne will er nicht ja aber wir wollen nicht mit Fabi spielen na klar ja Fabi ach ja dann geh jetzt raus weil Fabi muss nachjoinen ihr müsst nachjoinen Fabi muss nachjoinen nein lass mir nachjoinen da gibt es keinen Platz für 4 Leute in 3 vs 3 ja hä hallo Fabi spielt doch noch mit nein vielleicht wird das nicht ich hab doch grad wieder Rocket League gestartet du Spasti 3 vs 2 3 vs 3 was habe ich denn gemacht hahaha 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 er raubt der Leben hahaha haha 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 ich weiß nicht das läuft aber auch gleich selbst vor die Es gibt nämlich kein Ranked, ihr Spastis, mit einer Gruppe. Doch, ja klar, ich hab doch schon mit Fahne gespielt. Nein, das ist ausgegraut. Ich kann das nicht auswählen, Spasti. Du bist behindert. Gestern hab ich einen Stream geguckt. Ich hab in der Aufnahme, dass das nicht funktioniert bei mir. Spasti-LP. Breitfeld, lass da jetzt mal ein. Alter, jetzt hab ich 3 gegen 3 gestartet. Fabi lacht sich einab. Ja, obwohl er eigentlich das Opfer ist, der jetzt nicht mitspielen kann. Ja, aber du hast erst nicht gerafft, das ist auch schon lustig. Was hab ich denn nicht gerafft? Genau das. Ja, das ist es ja. Darf ich mal Vorlage finden? Ja, könnt ihr mich jetzt mal aufklären, ihr Spastis? Nee. Stell mal das einfach aufklären. Guck mal, meine Vorlage, die ist perfekt gewesen. Ja, das ist dieses Mal. Stefan, bist du auch mal wieder da? Ja, ich bin da. Ich hab 10 Punkte für eine Vorlage. Ja, Fabi, Fabi, willst du jetzt mitspielen oder nicht? Ja! Ja, okay, dann gehen wir raus. Nein, wir gehen nicht. Ich geh raus. Ich hab First Touch. Er lief, Mann. Jetzt gewinnt ihr. Ja, ich geh da boxe jeden rum. Reitfeld, ich hab mich jetzt eingeladen. Ja, hier boxe ja keiner in jemanden rum. Reitfeld, ich will gar nicht mehr mitspielen, ich spiel jetzt, schau auf. Mhm. Wer ist denn eigentlich dieser Brun-Hilfe? Brun-Hilfe? Oder was? Oder wie? Das ist ein Anzeigefehler, wie oft noch ich. Oh, nee, die waren wirklich vier. Ihr seid dumm, ey. Ich will was, du drohst. Der Junge kapiert sein Leben. Slash Dark Aspen for Life. Es ist aber halt manchmal wirklich so, dass da vier in einem Team sind. Was? Ja, in vier und vier sind vier in einem Team. Das ist halt echt so, dass es manchmal einen Anzeigefehler gibt. Nein, ich kann das nicht so stimmen. Nein. Ich hab's gut gemacht. Nein. Es ist echt so, dass in vier und vier vier im Team sind. Boah, hast du den Flieg und Sieg gesehen? Hau mal vor. Ich hab den gerade richtig gejuckt. Boah, hast du den gesinkt wieder? Zentrierung. Oh, nee, scheiße. Geht ihr jetzt mal wieder aus dem Match raus, ihr Spastis? Ja, okay. Das darf man jetzt schon noch fertig. Gut. Nein. Flieg und Sieg. Na, kuck mal. Okay, Leute. Ich unterbreche die Aufnahme, bis die Spastis bereit sind. Ja, er ist da explizit. Ja, ich unterbreche die Aufnahme. Vielen Dank.